Okay, weiter geht's mit Greydown und ich weiß natürlich wieder gar nicht, der Vorschlag, Fallout 3 mal kurz zur Seite zu legen und einfach, ja, wie ging das? Ähm, ich weiß nicht mal, wie man das Ding nutzt. Eins. Ah, wie hier schon? Mhm. Mhm. Ah, doch, warte mal. Well, the problem with you is that you don't have faith. For example, do you believe with your own heart that you can raise a temple sunken hundreds of years ago from the water? Ähm. Ah. Das ist diese Art Rätsel. Das ist diese Art Rätsel. Oh, ja. Oh, ja. Ich weiß noch überhaupt nicht, wie es weitergeht. Kein Unterschied. Ich weiß nicht, wie es weitergeht. Ich weiß nicht, wie es weitergeht. So, wir rennen mal ein bisschen durch die Gegend. Wegfindung zu dem anderen Teil da hinten. Wenn wir da hinkommen, wenn nicht, wechsle ich heute nochmal das Spiel. Komm, das Dach bitte nicht tief. Oh, warte mal. Das macht doch hier gar keinen Unterschied, oder? Aber das ist gefroren jetzt. Nö. Sag mal, jetzt ganz im Ernst. Die wollen mich doch alle verarschen. Ich denk falsch. Ich denk falsch. Hilfe. Oh, das ist ja noch was. Und jetzt hier ist mein secret. Ein sehr einfaches secret. Es ist nur mit dem Herz, das man richtig sieht kann. Was ist essentiell, ist invisibel zu dem Augen. Oh, ich hab's. Oh, ich hab's. Von wo bin ich denn gekommen? Von wo bin ich denn gekommen? Hm? Ah. Jetzt ist es da. Jetzt sind beide da. Hä? Gut. Ach, da ist noch ein drittes. Na, und ich habe ein Viertes. I got it. Ne, das da ist, das Rätsel ist gelöst. Dann müssen wir auf der anderen Seite auch noch ein Rätsel lösen, das wir noch nicht gefunden haben. Ah. Na, siehst du mal. Ich weiß es jetzt. Hier kann ich noch nicht, jetzt muss ich erstmal da hin. Jawohl. Das Spiel lässt mich jetzt nicht im Stich, das ist gut. Man muss ein bisschen rumprobieren. So. Ja, also ehrlich gesagt, weiße Schokolade ist die ungesündeste, aber auch die leckerste. Ich muss mal gucken, ob ich für mich auch noch einen Ersatz finde. Andererseits ist es vielleicht besser, wenn ich keinen finde. Scheinbar glaube ich ja, ne? Aber wir sind noch nicht fertig. Das ist schon ein bisschen beeindruckend. Ja, weiße Schokolade ist ja nicht Vanille. Die reden wieder über Schokolade. Und Pudding. Eigentlich nicht über das Pudding. Der Pudding, der wabert nur, ähm, still mit. Oh. Oh. Wie komme ich denn zu denen? Wieso? So bizarr ist das doch nicht. Man kann auch Schoko lieber mögen als Vanille. So. Hier ist aber irgendwie nix, wo ich nehmen kann. Aber warte mal. Ändert sich hier nix. Also ich verzweifle hier gerade im Spiel. Die reden über Schokolade. Und ich verzweifle schon ans zweiten Spiel. Es ist der. Aber wie soll ich da hinkommen? Also ich muss sagen, ich finde tatsächlich den logischen Fehler. Bezugeln ja nicht. Also wir haben jetzt gerade hier einfach mal den. die Logik durchbrochen. Die Logik durchbrochen. Die Logik durchbrochen. Ich kann den Logik durchbrochen. Ich kann den Logik durchbrochen. Nein, das ist aber auch nicht. Ja, um Gottes Willen, kann ich irgendwas dazu? Ach, hier kann ich nichts mehr machen, so. Ne, weiße Schokolade ist eigentlich, ich weiß nicht, ich kenne eigentlich nur Leute, die weiße Schokolade lieber mögen. Sie ist halt gar nicht gesund. So, wo ist denn hier das Rätsel? Hier muss doch ein Rätsel sein. Aber hier ist gar nichts. Ah, es geht da hoch. Ja, stimmt, ich habe eben Vorlaut gespielt, klar, da kommt man da nicht drauf. Ja, man muss so ein Schokolade haben, es gibt solches und solches. Genau, weiße Schokolade besteht aus Kakaoputter, deswegen darf sie auch Schokolade heißen. Obwohl kein Kakao drin ist. Bei Topware ist nicht gegangen. Kakaoputter ist auch das Töreste. Okay. Okay. Ist das die Kakaoputter? Ist das die Kakaoputter? Ist das die Kakaoputter? Ja, ich bässe die ja jetzt nicht mehr aber ja. Kokos mag ich im Süßen nicht. Kokos mag ich nur im Herzlaften, so blitzklingt. wow ok warum warum bin ich wieder hier oh mein Gott was ist das bin ich hier in einem Wal oder was ich war heute im Lidl einkaufen ich kaufe aber wie gesagt nur noch vegan ein und da habe ich mir einmal eine vegane Pizza Salami geholt also ein Typ Salami natürlich die war seltsam weil das was schwierig ist das haben sie hingekriegt die Salami war lecker und der Käse war auch lecker was beides ja weder Salami noch Käse war aber das was bei der Pizza jetzt ganz unproblematisch ist das haben sie nicht hingekriegt der Boden war kacke was ist das das ist ein bisschen das ist ein bisschen das ist ein bisschen ich hasse wenn was im bild ist ich finde diesen taucherhelm furchtbar aber dann muss ich mir erst mal salami ersatz und dann ich bin ein bisschen was going on we must stop except that no matter how much we try you will never be able to get pregnant you're infertile i'm sorry but maybe that's god's will do not despair whenever you need my help write to me i will send you money